Hey Leute, willkommen zurück zu Diablo 4 und heute zeige ich euch, wie man ganz easy Sekret farmen kann. Und da bekommt ihr in 5 Minuten ungefähr 30 Sekret so raus und könnt das immer wieder machen. Ja Freunde, zeige ich euch heute wie das geht. Lasst also gerne mal ein Däumchen hoch oder auch ein Abo da. Und sorry Leute, ich muss nochmal ganz kurz Werbung machen, denn wie ihr wisst, muss ich mir ja bald ein neues Auto kaufen. Und deswegen muss ich euch das hier nochmal kurz einblenden. Ich bin zu so einer kleinen Werbe-Bitch geworden, weil ich eben eine neue Karre brauche. Nehmt mir also eben nicht übel Freunde und da starten wir direkt los ins Game. Und zwar kennt ihr ja in der Season 1 hier den neuen Händler und was wir immer brauchen, um die Dungeons zu erledigen, sind Ansuche. Ansuche sind nämlich ganz wichtig, um die Dungeons quasi fertig zu machen und um diese herzustellen, brauchen wir eben Sekret. Sekret ist wirklich das Allerwichtigste in Season 1 geworden. Ihr braucht das um Herzen herzustellen, aber vor allem auch um Ansucher herzustellen. Und damit ihr jetzt nicht immer durch die Dungeons durchlaufen müsst, zeige ich euch heute wie ihr ganz easy Sekret farmen könnt. Und zwar macht ihr das folgendermaßen. Ihr geht hier nach Khadbadou einfach hier in die Hauptstadt rein und da könnt ihr hier unten im unteren Teil einmal hier lang reiten und da einen Wegpunkt setzen. Da ist nämlich immer ein Event bzw. ein Ereignis, welches euch Sekret bringt. Und das ist super, weil es natürlich in der Nähe ist. Tatsächlich gibt es hier aber aktuell so einen kleinen Bug, wo man nicht richtig schnell da hin reiten kann. Manchmal sagt er ja immer noch in der Stadt, checkt also nicht so ganz richtig. Naja egal, auf jeden Fall sollt ihr hier unten zu diesem Punkt gehen, den ich euch eben auf der Karte markiert habe. Und da gehen wir einmal hin, denn dort startet immer ein boshaftes Event. Und von den boshaften Events bekommt ihr quasi eine boshafte Kiste, in der ordentlich Sekret drin ist. Verschiedene Sorten von Sekret und meistens bis zu 10 Stück. Wir reiten also eben schnell hier runter und können dann hier schon die boshafte Pustel finden, können dann hier eben das Event machen. Es kann bei euch hier immer ein anderes Event rauskommen. Wichtig ist aber, dass hier auf jeden Fall ein Event stattfindet. Das macht es nämlich zu 99% und aus jedem dieser Events bekommt ihr eben die Sekrete raus. Wir machen das hier fertig quasi, das Event, ganz normal wie ihr es sonst auch immer kennt. Gibt es eine kleine Aufgabe, die wir erledigen müssen. Das machen wir eben schnell einmal durch, um eben dieses Event abzuschließen. Killen dann noch alle Gegner, die hier drumherum sind, um dieses Event halt fertig zu machen. Und das Gute daran ist, dass wir dann im Endeffekt von diesem Event die boshafte Kiste bekommen. Und in dieser Kiste ist eben das Sekret drin, was wir so dringend benötigen. Wir müssen also nicht ewig durch die Dungeons uns durchkämpfen oder sonst was machen, denn hier in diesem Event bekommt ihr immer ordentlich Sekret, Freunde. Ja, wir machen das hier kurz einmal fertig, damit ich euch das zeigen kann. Die Kiste spawnt dann nämlich hier raus, sobald die ganzen Gegner hier platt sind. Das ist auch gleich der Fall. Und dann können wir uns eben einmal hier die boshafte Kiste holen. Zack, so, Gegner sind jetzt gleich alle weg. Da fertig ist das Event, Ereignis abgeschlossen. Die Boshaftigkeit wächst. Und da gehen wir jetzt einmal hier zu dieser Kiste und ihr seht, da kommt wirklich ein Haufen Zeug raus. Also wirklich viel Sekret, was wir eben brauchen, um diese Siegel herzustellen, die wir eben in den Dungeons benötigen. Wenn wir das erledigt haben, gehen wir ganz easy wieder zurück, markieren uns hier wieder den Punkt, gehen wieder nach Cat Baloo, beamen uns da einmal rüber und dann können wir entsprechend gleich wieder hier runter reiten. Hier findet dann direkt wieder ein Event statt. Also einfach zurück in die Stadt, wieder hier runter reiten und das Event wieder abschließen. Wenn ihr das dann wieder erledigt habt, kommt direkt wieder eine boshafte Kiste raus. Ihr könnt also wieder Sekret hier unten farmen und das Ganze geht rucki zucki. Also in wenigen Minuten habt ihr so ordentlich Sekret und könnt eben so ziemlich schnell euren Charakter aufstufen, indem wir halt diese Siegel kaufen, die wir da für Dungeons brauchen. Ja, einfach wieder zurück nach Cat Baloo und dann können wir schon wieder runter gehen und dieses Ereignis wieder neu machen. Es kommt immer ein anderes Ereignis raus, aber zu 99% habt ihr ein boshaftes Ereignis, was eben euch Sekret gibt. Ja Freunde, und das war es eigentlich auch schon für diesen Guide. Ich bedanke mich einmal fürs Zuschauen, Däumchen hoch und Abo nicht vergessen, wenn es euch hilft. Und ich wünsche euch noch viel Spaß bei Diablo 4 Season 1. Bis dann, macht's gut, adios und ciao, ciao.